hallo liebe youtuber liebe fans liebe freunde action ist angesagt ich habe einen burger kreiert ja gut keiner von uns geht nach mcdonald's weiß ich also ich weiß ja dass niemand also ich muss ja auch ehrlich sagen mcdonald's war für mich auch nie ein begriff ich bin ja mal so rumgefahren hatte hunger und da dachte ich menschen willst du hin und da waren baumärkte und dann kann man so komisches m zeichnen vielleicht so ikea mäßig kann sehr wenig so schnitzel kriegen fährst du mal hin meine burger brater unglaublich habe ich mcdonald's habe ich bei mcdonald's gegessen gut keiner von uns ist natürlich bei mcdonald's gibt auch keiner zu aber doch ich muss es mal zu ich habe bei mcdonald's gegessen ja wirklich und ganz so schlecht ist die küche auch nicht aber wie gesagt ich habe jetzt ein mcdonald's die mache immer so events und jetzt habe ich einen kleinen burger kreiert den hawaii helgi und ihr könnt euch ja mal auf der seite angucken ich stelle das hier mit rein und wenn ihr wollt dann könnt ihr auch sagen finde ich gut oder dem wo ich mal mit oder auch ja auch so kein mcdonald's fan wir sind ja nein also ich weiß ja ihr ihr sowieso ihr geht nicht ihr kocht ja selber und ihr macht ja auch und ihr geht ja auch nie zur pommes buch ich weiß ich doch weiß ich doch ihr seid gourmets in diesem sinne apropos gourmet kann ich euch noch ganz kurz empfehlen ich glaube den link setzt sich auch einfach mal rein und zwar habe ich hier auf youtube herr kühl poirot gefunden mit david suchet oder sachet oder wie sich das ausspricht sehr interessant also er spielt den poirot ganz anders wie der wie wie herr kühl äh quatsch wie entschuldigung wie peter ustinov peter ustinov hat den ja ja gut peter ustinov herr kühl poirot klar aber er spielt ihn ein bisschen anders aber ich finde auch nicht schlecht also den link mache ich auch noch rein den mache ich auch noch hier drunter rein irgendwie oder in den text müsste ja gehen in diesem sinne klickt euch schön durch und ja ich mache so tor noch videos und world of tanks ja mache ich auch weiter und siedler und vielleicht mal sehen was ich so in meiner alten kiste von programm noch finde dann mache ich auch weiter und ja es steht ein neuer computer an muss sein weil meiner so langsam den geist aufgibt ich wünsche euch auf jeden fall alles gute wie ihr seht ist es heute super sonnig aber ich glaube wochenende gibt wenn wieder regenschnee oder sonstiges in diesem sinne macht's gut habt ein schönes wochenende und bei bei